Geil! Abdomine, ich will leveln. Ah hier kann man was kaufen. Aktionshaus. Ein Schwert bitte. Oh hier ist ein Bogen für 6,9 Millionen. Alter! Woher das Geld? Hier ist eine Ender Perle für 10 Millionen. Die haben wir doch selber. Die können wir uns selber fahren, wenn Endermans bei uns bornen. Das kriegt man auch. Ich hätte so eine Enchanted Ender Perle auch ins Auktionshaus steckt sein. Ich würde das Geld doch verloren, wenn du gestorben wärst. Du weißt doch nicht, dass das auf der Bank einsteig hätte sein. Er hat es doch schon voll fliegelt verloren. Ja, 3000. Das ist mir auch voll leid. Nein, das waren meine zweiten 3000. Die ersten habe ich schon gestern verloren. Karle, kommst du in die Höhle? Dann fahr mal ein bisschen, Tom, nicht. Na, Puzzli Höhle? Können wir machen. Die ist da einfacher und da hirbst du und nicht so schnell. Okay, Fische. Ach, ich verkauf die jetzt alle. Er konnte nicht farben, ne? Ich hoffe, die Fische bringt Geld. Ja, wir können auch Smaragda und sowas verkaufen für Geld. Ja, die bringen mich wieder, hab's schon gemacht. Deswegen war es so wenig da in den Kisten. Geld ist Geld. Ja, aber was? Oh, 20. Coins. Und hast du eigentlich mit der... Musikdisk, Stahl? Ähm, Selvi, hast du eigentlich vorhin mit der Nina gespielt? Oder so? Hallo? Wie hab ich mit der Nina gespielt? Ja, warst ja vorhin nicht alleine im Channel. Na, sie hat mit mir ein bisschen gequastelt. Kam auch kurz in Minecraft online. Und, ja, so war's. Romantisch. 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 Und danach ist der AFK gegangen. Sehr romantisch. Können wir uns jetzt kissen? Ich warte hier beim mein, äh, beim Lift auf dich. Ja, ja, ich komm. Wir haben keinen Fluss. Alter. Wir können... Geh angeln, funktioniert einfach bei jedem Fluss. Also wir müssen einfach Wasser haben. Da ist keine Regeln oder so. Hallo? Hallo. Meinst du uns gerade? Ja, mit wem rede ich denn sonst? Mit meinen Eiern? Ähm... Ähm, wo ist der Fluss am Kolosseum? Ich rede doch auch manchmal mit meinen Eiern, kann doch gut sein. Wenn sie sich einsam fühlen rede ich mit denen. Kalle. Mhm. Ich warte hier immer noch auf dich, ne? Äh, ja, ich bin gleich da. Ich bin jetzt... Ich konnte nicht teleportiert werden, weil der Server irgendwie nicht wollte. Wie macht man, äh, Angel Minions? Äh, keine Ahnung. Hatte ich noch nie. Oh ne, ich wurde wieder in eine andere Lobby gesteckt. Ich bin schon mal rein. Und was ist eigentlich besser? Und was liegt das nochmal? Ich bin jetzt... Ich kann bitte schon mal verholen. Ich bin dann noch mal auf die Eier ein Karte. Ich muss noch nicht mehr rein legen. Ich kann jetzt noch nicht mehr an dem Trumpot zu tun. Ich habe noch... Ich habe noch die Bauteile kritisch angehen. So... Das liegt aber auch nicht mehr an dem Auto. Ich nehme mal ein Pumpern hipster und dann. Ich braue. Ich muss einfach mal ein Gebetschen ähm. ach man kein sinn das ding kann nicht getet werden ja ich wie gesagt ich wollte wieder eine andere lobby tibet ja mach wenn du möchtest du bekommst man kleber holzabbau nicht 20 bist du beim lift bei den l ab die gift da muss ich erst mal beim gold das ist allgemeine mütigkeit überhaupt nicht ich krieg halt fische kein kleines ich bin jetzt acht stunden lang und krieg nicht ein kleines 8 stunden let's play so leute heute farben wir heute fische aber dann machst du einen stream das siehst du einfach nur eine tüte in minecraft mega dummelt äh gammel das ist high quality gameplay ich bin unterwegs komm fischi 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 komm fischi 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 so dann leveln wir uns das unseren bauwehr auf da verkauft jemand so ein maximal magma set für 7 dollar breit hier hülle so karl ich bin da ich bin jetzt beim lift warte bist du da? oh, hei leiser hei der Elf geht ja auf mich, alter au, ne, für Hallo Kalle Hallo Hi Hi Oh, oh, warte, warte, warte Bruder, teilen mal Voll der Ego ist, alter, kid alleine Warum nehmen wir das hier mit? Ist doch auch gut Wollen wir gleich ein bisschen rumlaufen, ein bisschen Leute töten? Äh, Bruder, was spornst du einfach hier? Hast du irgendwie kein Hobby? Komm, lass mal hier lang gehen Naja, wir nehmen ja noch mit hier Sag 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 nein ich krieg alles dafür kein klei ich bringe es eine experience als ein ep trank zu verkaufen vielleicht stelle ich ihn mal für eine millionen rein manche sind zu krank und geben das aus für dich ähm varek? und ich brauche einen feil skralle wo bist du? ich bin hier am operat lift wenn du wo suchst da bist du doch hier bist du doch am kämpfen hier hi ich bin wirklich mit meiner Eisenrüstung, du mit deiner Dirmantrüstung Achtung Kalle hier kommt einer Scheiß auf den der ist alt der ist tot Achtung Kalle da kommt noch einer ja der ist alt der ist tot oder stürme jetzt nicht da kommt noch einer da kommt noch einer da ist es kalle halb hat ihm oh oh du bist der erst bitte ich bist er erst geht da hoch geht da hoch da hoch stelle ich weiter höher ich brauche ich brauche den bogen regeneriert ich erst mal 36 hast du schon wieder nein denke ich erst nicht dran irgendwas zu machen ich habe 36 leben mit eingedriffen kann ich kann ich nicht mehr wo da er wieso ich war auf dem weg du bist so schnell abgegräbt da konnte ich nicht mehr schauen ja wenn du kommst ich bin gerade beschäftigt so, nächster 2, wo ist ein Kalle ich war mein 2 hey du, du weißt wie man das warte Kalle, ich komm gleich wieder ok hol den Baum nein, ich mach nur Telekinese auf mein Schwert damit ich das da auch komm mal ok ich krieg den mehr, wenn ich so oh man, dann muss ja ein weitergehen bei Telekinese ab in die Goldmine hui hast du vielleicht 2 Diamanten für mich gerade wie viele? 2 ja, ja, kann ich dir gleich dann treffen wir uns gleich mal bei unserer Hauptbasis oder hast du noch nicht stock für mich? äh, stock habe ich nicht ne, muss ich zur Hauptbasis kommen warte ok, komm zur Hauptbasis äh, doch ja hier hab ich gerade noch so aus die Diamantenhöhle bevor die Dinger mich totgewascht haben haben wir irgendwann noch die Kiste irgendwie und ganz unten habe ich es dir reingetan wo er das Dings kommt, hier kommen wir unsere alten Waffen rein okay so, der kann direkt mal weiterfahren okay es hätte ich muss uns mal wieder aufräumiert hat sie wieder gemacht haben wir nicht so richtig spiel schon weiblich charakter könnt die rüste noch mal bekommen kann die hier die habe ich gekauft die diamanten rüstung und dann verkauft hast wo ich dir gekauft hat ja du gehst weil wenn du spawns hinter direkt hinter dir die erste front verkäufer und hinter den verkäufern ist noch mal so stand der verkauft die scheiße ein kalle hinter dir wir haben die probleme das ist ja wieder da für uns so wie korrekt mit dem um ich habe hier hast du keine 100 da zwei buchst und sich hat irgendwie halt irgendwie Probleme gerade ja die sind etwas überlastet ich habe echt nicht spaß mit rennen und schneiden oder die folge einfach so raus für acht euro kann man sagen also ist ja genau genau gibt's immer auf die frau was putzt du denn auch nicht richtig was glaubt du sollt alles sauber kriegen der hat einfach acht stunden gespielt und ohne euch das zu zeigen nächstes mal wollen wir den stream sehen 24 stunden größtes event auf twitch 24 stunden ohne farm minecraft auf twitch und das natürlich alles auch noch stream ich habe ja die bandbreite kalle kann stream und wir kalle zu bei dem passiert irgendwas also so weiter hat am wenigsten ich versuche ja zwischendurch immer wieder zu da und da alter minecraft hat kein problem wir sehen uns in der nächsten aufnahme bis dahin tschau